Diese Folge wird dir präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für Premium-Sex-Tolls zu fairen Preisen. Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexhäschen und willkommen bei Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi. Und ich bin Leo und in diesem heißen Quickie geht es um Brüste. Bing, 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 bing. Tiddy Alarm. Tiddy Alarm. Uns hat nämlich eine Hörerin geschrieben, die so grob, ich will jetzt noch nicht zu viel spoilern, in Fragen um ihre kleinen Brüste hat und die werden wir beantworten. Aber bevor wir dazu kommen. Haben wir good news. Wir haben sehr gute Nachrichten. Und zwar, es gibt ja sehr, sehr viele Podcasts, die im Sommer Pause machen, weil man muss sich entspannen, man muss in Urlaub fahren. Aber wir von Oh Baby, Trommelbrühe. Haben gesagt, wir entspannen uns dieses Jahr nicht. Wir wollen ein Burnout, spätestens im Oktober. So ist es. Alles nur für euch, die geilste Community der Welt. Und deshalb gibt es keine Sommerpause dieses Jahr. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber was machen denn Leo und Josi dann im Sommer? Ja, da müsst ihr vielleicht eure Eukchen auf Instagram halten. Da werdet ihr nämlich schon relativ bald Bescheid bekommen, was da so passiert. Gibt das ein oder andere Special. Genau. Bums. Und ihr seid involviert, das ist auch wichtig. Ob ihr wollt oder nicht. Ob ihr wollt oder nicht. Genau. Soviel dazu. Ja, und jetzt mal back to hier Professionalism. Genau, wir wollen ja, dass ihr ein besseres Sexleben habt und euch dabei wohlfühlt. Und deswegen helfen wir euch mit diesen Folgen. Und dafür brauchen wir erst mal die Frage. Wir versuchen zu helfen. Für die, die uns nicht so regelmäßig hören, ihr könnt uns ja auf Instagram, könnt ihr uns Fragen schicken oder auch gerne Themenvorschläge. Und jede zweite Woche nehmen wir so eine Frage mit in die Sendung und versuchen, die zu beantworten. Ihr könnt uns schreiben auf Instagram unter obbpodcast oder mir direkt unter obb-josi. Und da hat mich folgende Nachricht erreicht. Spitz dir mal die Ohren. Hallo, liebe Josi. Ich bin seit Jahren eine fleißige Zuhörerin eures Podcasts. Sehr gut, sag ich dazu. Applaus, Applaus. Und habe mich schon von der ein oder anderen Sache inspirieren lassen. Danke, dass ihr so einen tollen Podcast macht. Bitteschön. Nun zu meinem Problem in Anführungszeichen. Seit meiner Pubertät habe ich kaum an Brust dazugewonnen und habe mal mehr oder auch mal weniger mit Unsicherheiten und großem Unwohlsein zu kämpfen. Eine Operation kommt für mich nicht in Frage, weil meiner Meinung nach viel zu schnell unüberlegt zu Schönheits-OPs gegriffen wird. Abgesehen von der hohen Anzahl an Konsequenzen, die auftreten können. Ich bin seit bald vier Jahren in einer Beziehung und ich habe noch nie Kritik zu meinen Brüsten von meinem Partner bekommen. Im Gegenteil. Er betont regelmäßig, wie schön er sie doch fände und jede Größe gleich schön für ihn ist. Leider habe ich dennoch mit Komplexen zu kämpfen, weil ich mich nicht richtig ausgereift fühle. Ich muss auch schon blöderweise viel zu oft Tränen vergießen, obwohl es ja an sich nicht schlimm ist. Nun zu meiner Frage. Habt ihr vielleicht Tipps, dass ich besser damit umgehen kann und mich mehr sexy und als richtige, in Anführungszeichen, Frau fühlen kann? Ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Wie immer, ihr seid so vielschichtig, ihr lieben Leute da draußen. Ihr seid so vielschichtig. Ich habe heute ein Kompliment bekommen, ich bin vielschichtig. Oder sollte ich sagen, die Frage hat einfach mehrere Layers, Ebenen. Ebenen. So ist es. Leo, ich frage jetzt mal ganz direkt, was hast du für eine Körbchengröße? Ich habe 95 B, also eigentlich habe ich 95 100 A, aber da es diese BH-Größe nicht gibt, habe ich 95 B. Das heißt, ich habe tatsächlich auch im Vergleich zu meiner Körpergröße kleine Brüste. Und wie fühlst du dich damit? Ich habe damit eigentlich nicht so ein Problem, weil ich habe welche zum Anfassen, also man kann in die Reihen greifen, also man kann da auch einmal kneten. Aber ich hatte eher mal Probleme mit meiner Form, weil ich sehr spitze Brüste habe. Ich habe so, also wenn jetzt so ein Marilyn Monroe Madonna BH in wäre, wäre voll mein Ding. Ach, diese Eistüten. Genau, ich habe so eine spitze Form und da habe ich früher, fand ich die irgendwie immer doof, aber jetzt denke ich mir nur so, ja, ist halt so. Also du kannst dich durchaus mit der Hörerin, Schreiberin, fühlst du dich nahe? Kannst du das nachvollziehen? Ich kann es nachvollziehen, aber ich glaube, dass ich nicht in dem Bereich bin, wie von ihr. Ich kenne ja auch Frauen und habe Freundinnen, die weniger haben als ich. Also wirklich so, dass du auch nicht reingreifen kannst, sondern dass es einfach wahnsinnig flach ist und vielleicht auch nicht in A-Körbchen, sondern A-A-Körbchen. Deswegen glaube ich, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mich mit ihr identifizieren kann tatsächlich. Ich glaube, dafür habe ich zu viel. Ich finde das ganz spannend, denn ich kann mich relativ gut in sie hineinversetzen, obwohl ich ein recht großes Körbchen habe, möchte ich behaupten. Also ich finde, du hast definitiv große Brüste. Ich habe ja mein Leben lang gedacht, ich habe so ein C-Körbchen, bis ich dann bei der Unterwäscheberatung vor kurzem war und rausgefunden habe, dass ich tatsächlich 75F habe. Es ist like, what the fuck? Ja, ich habe, ich, doch, ich finde, wenn man dich sieht. Sie laufen ihr Leben lang mit dem falschen Behaar rum. Ich finde, wenn man dich sieht, ist das jetzt, also das meine ich jetzt nicht negativ, es ist schon ein Point. Also, dass du große Brüste hast, das ist, das fällt auf, sagen wir es mal so. Aha, gut. Also meine Brüste kommen zuerst rein. Aber auf jeden Fall. Nein, so meine ich das nicht. Aber ja, du weißt es nicht. Dieses Unwohlsein kenne ich trotzdem. Ich hatte in der Pubertät nämlich auch schon relativ schnell, war da was. Und da wusste ich auch gar nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll. Und die, wenn die ja so im Wachsen sind, die hatten dann auch erstmal nicht so die, so die Form, die man irgendwie aus dem Fernsehen kannte. Sondern die waren auch vielleicht eher mal erst anfangs so ein bisschen spitzer. Und ich habe das auch gar nicht verstanden, warum sind meine Nippel zum Beispiel nicht immer hart, sondern warum sind die manchmal auch weich. Also ich habe dieses ganze Konzept irgendwie nicht verstanden. Und ich wusste nur, meine sehen jetzt nicht so aus wie die halt bei Tutti Frutti. Ja, Hugo, Egon, Balder. Ich glaube, wir haben sehr viele junge Hörer. Aber das war eine Gameshow. Ja, sowas gab es im deutschen Fernsehen, wo Frauen oben ohne als Show-Act sich irgendwie ausgezogen haben. Genau, und die hatten dann immer so kleine Früchtchen auf ihren Nippeln kleben. Nippeln. Genau. Da gab es dann die Kiwi und die Kirsche und weiß ich nicht was. Meine Brüste sahen nicht so aus. Und ich wollte per Tu nicht, dass die irgendjemand anfasst. Bist du dann direkt auch in der Phase von Petting, Heavy Petting und das war für mich der Kraus, wenn die Hand des Typen langsam unter das T-Shirt wanderte. Was ich damit sagen will, ist unterm Strich eigentlich egal, ob der Busen groß ist, ob er klein ist, ob er eine spitze Form, eine runde Form, eine eckige Form hat. Und jeder kann diese Unsicherheiten haben, unabhängig von der Größe und das liegt einfach bei dir selber. Das ist in deinem Kopf, in deinen Gefühlen und das kann dir auch keiner so einfach nehmen. Das ist genauso, wie wenn ich finde, dass ich einen Huggel auf der Nase habe, eine Hakennase habe und mein Freund mir sagt, nö, finde ich gar nicht und du hast die schönste Nase der Welt. Wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich das halt als erstes, was ich an mir negativ finde. Da haben wir alle eine viel zu kritische Brille. Das verstehe ich, aber ich finde diesen Vergleich, den sie zieht als reife Frau, also das ist ja immer eine Frage, mit wem man sich vergleicht. Und du hast dich ja auch verglichen mit schön, also wenn du jetzt sagst Huppel auf der Nase, dann vergleicht man sich ja mit Schönheitsidealen. Und was, wo ich so gezuckt habe bei ihrer Nachricht, ist dieses Thema ausgereift und reife Frau. Und das ist so ein Begriff, den ich mir wünsche, den es nicht mehr gibt, weil jede Frau, die die entsprechenden Geschlechtsmerkmale hat oder sich als Frau identifiziert, ich würde jetzt hier Transgender gar nicht ausschließen, ist eine reife Frau. Und dieses Bild, dass man so eine voluminöse Frau sein muss, um Sexappeal zu haben, das kommt ja aus Pornografie, Film, Mode, was auch immer. Und das kommt ja aus so einem Umfeld. Und das ist so ein Gedankengang, den man versuchen muss abzulegen. Und ich verstehe das auch, dass das sau schwer ist. Ich tue mir das selber auch schwer. Und ich habe ja so darunter gelitten, dass meine, auch wenn du, oh Gott, wenn du beim Doggy-Style nach unten guckst. Ich meine, deine Brüste werden ja so klatschen wahrscheinlich zusammen. Ich musste da erst letztens so lachen, wirklich. Weil mein Freund kam so an von hinten und hat einfach die Brüste so gewackelt. Und dann haben die das allerweirdeste Klatschgeräusch gemacht. Wir sind beide abgebrochen vor Lachen. Ja, guck, und wenn ich im Doggy-Style da sitze und an mir nach unten gucke, was ich ehrlich gesagt nicht empfehle, vor allem auch, wenn man einen hängenden Bauch hat. Aber naja, dann habe ich halt so wie so die Pyramiden von Gizeh, die da so, so wenn meine Nippel steif sind, dann geht es ein bisschen besser. Aber das ist halt auch so optisch jetzt, wenn man das mit so schönen, ich habe auch eine Freundin, die hat so schöne Brüste. Also die hat auch sich die Nippel piercen lassen, hat sie uns ganz stolz ihre Brüste gezeigt. Und wir waren alle so, das Piercing ist uns egal, aber diese Brüste sind so schön. Und das hat man halt nicht. Und dann ist es, finde ich, immer so ein bisschen eine Frage, wie man damit umgeht und wie man sich vielleicht auch damit beschäftigt, dass ja alle Leute nicht so aussehen wie man selber. Ich glaube, du hattest das auch mal erzählt, wenn man dann ins Schwimmbad geht oder in der Umkleide oder so, wenn man mal dieses Bild der perfekten Frau irgendwie aus dem Kopf bekommt. Das finde ich immer so wichtig, dass man die Dellen sieht, die Brüste sieht, bla bla bla. Ich habe gleich auch noch ganz praktische Tipps, die ihr helfen können. Aber vorher, wir müssen noch ein bisschen auf der psychologischen Ebene bleiben, weil ich das ganz spannend finde. Und auch wenn du die Duschkabine im Schwimmbad ansprichst, da kriegst du mal einen Eindruck, wie die Frauen hierzulande wirklich aussehen. Durch Instagram, ich glaube, sie ist eher eine junge Zuschreiberin, kriegen wir oft den Eindruck vermittelt, früher war es 90, 60, 90, das ist ja heute nicht mehr so, sondern aber große Brüste, schmale Taille, riesen Hintern ist so das aktuelle Ideal. Danke Kim Kardashian und Konsorten. Und dann stehst du mal in so einer Umkleidekabine oder unter der Dusche im Schwimmbad und siehst, da sind ganz viele Frauenkörper, die dieser Norm überhaupt nicht entsprechen. Mit extrem großen, extrem kleinen Brüsten, mit Speckrollen am Bauch, breiten Hüften, schmalen Hüften, ganz, ganz dünne Leute. Da ist alles dabei. Also es gibt, finde ich, diesen einen Frauenkörper, den gibt es einfach nicht. Ich verstehe die Unsicherheit und dass man einem Ideal entsprechen und nahe kommen will, aber wo fängst du an, wo hörst du auf? Also du wirst dieses Perfekte, das vermeintlich Perfekte, wie willst du das erreichen? Dann hast du, du lässt dir irgendwann die Brüste machen, dann fällt dir auf, ja, jetzt ist meine Taille vielleicht zu breit oder mein Hintern noch zu klein. Machst du da dann weiter? Also ich glaube, wir müssen uns mit dem, was wir haben, irgendwie Frieden schließen. Und wir haben ja in unseren Podcast-Folgen auch eigentlich so oft sind wir schon an den Punkt gekommen, dass alles hat Vor- und Nachteile. Wie viele Männer mit kleinem, also kleinen Anführungszeichen, Penis haben uns geschrieben, mein Penis ist so klein, ich fühle mich unsicher, ich weiß nicht, was ich mache, wie ich damit umgehen soll. Genau die gleiche Menge an Zuschreibern haben wir zum Thema, mein Penis ist so groß, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das tut den Frauen weh, bei der und der Stellung. Viele wollen gar nicht, alleine schon, wenn sie meinen Penis sehen, überhaupt Sex mit mir haben. Und genau so, mei, es hat alles Vor- und Nachteile. Wenn die Brüste kleiner sind, dann sieht es auch schön aus. Klatschen nicht so, fliegen dem Typen nicht um die Ohren und nicht ins Gesicht. Hast keine Nackenschmerzen, brauchst keine übermäßig lächerlich teuren, Was heißt lächerlich teurer? Ich meine, ich habe mal mit einer BH-Designerin gesprochen, das ist ja letztendlich Ingenieurswesen, wie BHs designt sind. Deswegen ist ein hoher Preis natürlich schon gerechtfertigt, aber wenn du dann halt, so du wirst bestimmt keine 5 Euro BHs vom H&M mal schnell überstülpen können und eine Runde um den Block rennen zum Bus. Nee, also das Zeug, das ich hier trage, da kostet einer, glaube ich, 100 Euro. Genau, weil da hättest du nämlich ein blaues Auge danach. Oder einen Dackel erschlagen. Nein, Quatsch. So groß ist es jetzt auch, oder nicht? Ja, nee, das war ein Witz von Daphne Deluxe, falls ihr diese Stand-up-Comedian kennt. Das ist natürlich auch in diesem sexuellen Sinne, ich frage mich gerade, wie sie da rauskommt. Also ich habe prinzipiell nichts gegen Brustvergrößerung, wenn man halt merkt, okay, es geht wirklich gar nicht, ich fühle mich wirklich unwohl, ich bin bereit, das Geld zu zahlen, das medizinische Risiko auf mich zu nehmen und wichtige Informationen da draußen, Leute, diese Brustimplantate, können nicht dein Leben lang da drin bleiben. Du musst auch damit rechnen, dass du in 10, 20 Jahren die erneuern lassen musst. Das ist so ein bisschen wie so eine Immobilienanlage. Es kommen noch unvorhergesehene Kosten, meine Freundin. Das wissen nämlich viele immer nicht. Und ich kenne ein paar, die jetzt die auswechseln müssen und ganz schön baff sind. Naja, das ist natürlich die Lösung. Also das soll wirklich jeder machen, was er will, aber das ist, ich finde das so in der Gänze doch irgendwie auch alles so anstrengend. Der Kampf, den wir unser ganzes Leben lang gegen unseren Körper führen, weil man zu dick ist oder weil man zu dünn ist oder weil man zu unsportlich ist, weil die Brüste zu groß oder zu klein sind oder weil die Schamlippen hängen oder die Brüste anfangen zu hängen. Du bist ja konstant als Frau damit beschäftigt, irgendwie an dir rumzudoktern und an dir rumzukritisieren. Und das Leben könnte einfach so viel, viel, viel einfacher sein. Man hätte auch viel mehr Energie für andere Sachen, wenn man einfach sagt, zum Beispiel für Sex. Und darum geht es hier. Wir wollen Energie für Sex haben. Der ist halt so. Mein Körper ist halt einfach so. Klar, man schaut drauf, dass man den irgendwie gesund hält und den nicht runterwirtschaftet, aber wir sehen halt so aus, wie wir aussehen. Aber Lusi, uns wird doch, oh Gott, jetzt sind wir sehr philosophisch, aber es wird uns doch auch gegen lieben langen Tag von Werbung von allen anderen eingeredet, dass wir Probleme haben. Also, weißt du, was ich meine? Ich verstehe diese Intention von ihr schon, aber bevor wir jetzt zu gesellschaftskritisch, also, ich liebe ja Gesellschaftskritik, aber wir haben ja für die Hörerin noch Tipps, was sie vielleicht in ihrem Alltag einbauen kann, was sie macht und tut. Ich würde mit dem Thema, weil du das mir beigebracht hast und ich das superschön finde, und ich glaube nämlich, dass es auf deiner Liste ist, ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich glaube es, Thema, einen attraktiven, sexy BH anziehen im Liebesspiel. Push-up vielleicht, was auch immer. Nee, gar nicht Push-up, weißt du, was viel geiler ist? Was? Wenn man auch wirklich vielleicht, sie hat leider nicht geschrieben, wie ihre Brüste aussehen, aber wenn man jetzt mal so ein AA-Körbchen davon ausgeht. Es gibt ja supergeil diese BHs, die unten, also die quasi nur eigentlich einen Bügel haben und noch so ein bisschen Spitze da dran, die die Brust komplett, genau, die gar keinen Kapp haben, sondern die Brüste quasi freilegen. Das hat man wirklich zum Sex nur an. Also ich würde es jetzt nicht unter einem weißen T-Shirt empfehlen, wenn man auf den Spielplatz geht, ja. Genau, aber die drücken das so ein bisschen nach oben und geben so einen mini kleinen Push. Das sieht super sexy aus, finde ich. Was auch ganz toll ist, ich habe es schon mal erwähnt, sind diese Lack-Corsagen, die gibt es auch mit, die sind oben ausgeschnitten, dass die Brüste frei liegen. Die haben dann extra wie so Brust-Ausschnitte, die drücken das dann noch so ein bisschen nach oben, also dass das, was da ist, noch mehr nach oben gequetscht wird und größer aussieht. Also das kann sehr, sehr sexy aussehen, egal. Ich finde auch so Harnesses, also diese, ja, was heißt ein Harness auf Deutsch? Das weiß ich jetzt auch nicht. Trapezmäßig, also so diese Ledergeschichten, dass man so kunstvoll sich oft um den Oberkörper, ja, ich nenne es jetzt Harness, mir fällt das Wort nicht ein, die dann einfach nur aus so Streifen oder Bändern bestehen, die gibt es mittlerweile auch, da muss man jetzt nicht so Agent-Provokateur oder wie auch immer man das ausspricht. Agent-Provokateur. Genau. Gehen, sondern das gibt es mittlerweile auch in kleineren Shops, auch nicht ganz so teuer. Da kann man, ja, sich echt geil ansehen, wenn man so ein bisschen guckt. Ja, also es gibt noch ganz viele Sachen, die man machen kann. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht meintest, also es gibt ja auch Ketten, die... Geht in die Richtung, ja. Die man sich umlegen kann, die dann unter der Brust nach hinten führen, also keine stinknormalen Halsketten, sondern die gehen um die Brüste rum, dann vielleicht noch so um den Bauch. Das sieht auch wahnsinnig hübsch aus. Und es gibt, wenn das ihr Problem ist, dieses sich nicht weiblich genug zu fühlen, da gibt es schon ein paar Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel würde ich auf Stoffe setzen, die so richtig sinnlich und lustvoll sind. Das kann zum Beispiel ein Negligé, also ein Oberteil, sehr fließend aus Seide sein. Wenn du das auf der Haut hast, das ist Sinnlichkeit pur. Ja, also vielleicht bringt das so ein bisschen die weibliche Ader zum Schwingen. Roter Lippenstift kann auch sehr geil sein. Und es gibt einen von Yves Solorand, diese Lacklippenstifte, die halten sogar einen Blowjob aus. Just saying. Sie spricht aus Erfahrung offensichtlich. Ich spreche aus Erfahrung. Damit wir keine Schleichwerbung machen, ich benutze immer die von Mac und die halten nicht. Wie wäre es denn auch, dass sie sich mal vor den Spiegel stellt und guckt, so was finde ich an mir denn richtig, richtig geil? Was finde ich richtig toll? Und wenn es deine Kniekehle ist oder dein Ellbogen, finde was, das du richtig geil findest an dir und leg doch mal den Fokus darauf. Wenn du zum Beispiel deine Beine schön findest, zieh dir Strapse an. Mini-Rock-Strapse. Und auch diese Bewegungen, also es gibt ja auch so Bewegungen, die so Weiblichkeit ausstrahlen. Ich meine, man muss ja nicht nur angetrunken beim Junggesellenabschied einen Poledance-Kurs machen. Man kann ja auch so einen Poledance-Kurs machen. Ja, finde ich auch eine gute Idee. Oder in meinem Fall einen Chairdance, wo ich meine mehrere hohe Kiloanzahl auf einem Klappstuhl von Ikea rumgeschwungen habe. Ja, es hat funktioniert und es hat gehalten. Oder was war mir noch eingefallen? Was ich empfinde als wichtig, ist es, wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Negligé kauft, dass du dich nicht hinsetzt. Und ich kenne uns, ich mache das nämlich auch manchmal, dass man sich dann die Bilder des Models im Online-Shop anschaut und dann zieht man das Ding an und dann guckt man sich im Spiegel an und dann kriegt man Heukrampf. Wichtig. Ich glaube, man muss sich da selber auch ein bisschen einen Gefallen tun, sich nicht diesen Bildern auszusetzen die ganze Zeit. Warum abonnierst du Frauen mit riesigen Brüsten auf Instagram, wenn das ein Insecurity von dir ist? Umgib dich doch mit Frauen auf Instagram, die nicht so große Brüste haben. Ich weiß, das klingt immer total bescheuert, aber es ist voll der Tipp eigentlich, finde ich. Ich kenne Leute, die kaufen sich Modemagazine, um sich anzuschauen, wie dick sie sind, weil sie nicht so dünn sind wie die Leute in den Models, also die Models in den Heften. Das ist ja total toxisch, sich solchen Sachen auszusetzen. Wir sind schon alle immer viel zu krass mit uns selbst. Ja, und dann. Aber ich fand das ja zum Beispiel cool. Ich meine, ihr alle kennt bestimmt Ines Anioli, hat ja auch mal einen Sex-Podcast gehabt. Die hat ja diesen Small-Titty-Club quasi gegründet. Also es ist ja kein echter Club, aber die hat, trägt jetzt T-Shirts mit Small-Titty-Club und wurde da von Robbie Williams, glaube ich, bei einem Konzert in Großaufnahme wurde das über die Leinwände ausgeschaltet. Ja, mach deine Unsicherheit zu deiner Superpower. Und das Gute, dass er deinen Freund liebfindet, also sagt ja, dass er dich geil findet. Aber es ist, das verstehe ich, das muss bei dir selber anfangen. Das muss bei dir selber anfangen. Wenn mich meine Nase stört, dann können mir andere hunderttausendmal sagen, ich weiß gar nicht, was du hast, die ist doch voll schön. Die wird immer das Erste sein, wenn du in den Spiegel guckst, dass du dann irgendwie kacke findest, wenn sich das in deinem Kopf eingebrannt hat. Aber ja, Weiblichkeit ist so viel mehr als Brüste. So, 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 so viel mehr. Und auch als ein Arsch und eine Vagina und eine Vulva, das ist so viel mehr. Ich finde auch deine Idee mit dem Tanzen, Hüfte schwingen, so in sich rein spüren und das finde ich auch eine gute Sache. Das hilft tatsächlich. Nicht umsonst wird beim Yoga ja auch immer, jetzt spannen wir alle unsere Mula-Bande an. Ich glaube, das ist kurz für das Beckenboden. Das sagen die immer. Mula-Bande. Entweder wir atmen uns Mula-Bande an oder spannen uns, spannen uns, das Mula-Bande an. Also irgendwas da unten halt. Wahrscheinlich meinst du den Anusmuskel und du machst es voll fein. Auch das, auch das. Tell whatever works, man. Ich glaube, der heißt auch nicht Anusmuskel, der heißt der Schließmuskel, aber egal. Ich glaube auch. Darf ich zum Abschluss noch meine Lieblingsgeschichte erzählen zum Thema kleine Brust? Ich hatte eine Freundin, die hatte wirklich auch sehr wenig, also wie gesagt, sehr flach, so eine Brustwarze, so ein bisschen und hat aber sehr viele Jahre lang einen Schönheitschirurgen gedatet, der tatsächlich eigentlich auf Geschlechtsumwandlungen spezialisiert war, aber in seinem Leben natürlich auch schon mal ein paar Brüste gemacht hat und immer, wenn sie in diese Situation kam, dass die sich vorgestellt haben und jemand gefragt hat, was ihr Freund macht, hat sie immer gesagt, der ist Chirurg, aber die sind echt und hat sich so an ihre nicht existierenden Brüste gegriffen. Das fand ich immer sehr süß. Ja, wir mischen einfach mit dem Leben, was wir haben. Ich fand, ich habe auch nochmal eine kleine, ein halbwegs weises Schlusswort vielleicht. als ich schwanger war und ein Kind auf die Weile gebracht habe, habe ich sehr viel Ehrfurcht für meinen Körper bekommen und mir gedacht, das ist ein krasses Wunder, was so ein Körper machen kann, warum wir nicht netter mit dem sind und den nicht irgendwie besser finden. Weil so ein Frauenkörper, auch Männerkörper natürlich auch, die können echt viel, wir muten denen oft ganz schön viel zu und man hat halt den einen und die sind schon toll. Ich habe jetzt das Gefühl, wir zünden hier gleich Ohrenkerzen an und machen eine Meditation, deswegen würde ich jetzt mal aufhören. Okay, ich bin ja schon ruhig. Mir bleibt schon nur noch zu sagen, meine Lieben, haltet die Ohren steif. Ja gut, ihr dürft den Podcast auch gerne abonnieren auf sämtlichen Plattformen. Ach ja, stimmt. Das würde ich noch sagen, bevor du sagst, sie sollen die Ohren steif. Folgt uns auf Instagram unter ohbabypodcast oder ohbaby-josi. Verlinken wir euch alles in den Shownotes. Abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr das gerade hört. Das hilft uns total, dann verpasst ihr auch keine neuen Folgen mehr von uns. Und nächste Woche kommen wir wieder mit einer langen Folge und jetzt kann die Josi ihren Trademark-Spruch raushauen. Halte die Ohren steif, meine lieben Sexhäschen. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Oh yeah. Oh yeah. Okay. Alright. Ciao.